Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Wir haben einen Eldrasi-Sommer vor uns. Vor ein paar Jahren, fast schon Jahrzehnten, gab es den Eldrasi Winter. In dieser Zeit war Eldrasi das Top-Tier-Deck in ganz, ganz vielen Formaten, besonders im Modern. Und ich muss sagen, von allem, was ich jetzt gerade sehe, fühle und das innerlich auch so ein bisschen aufnehme. Uiuiui. Das ist ein krasses Deck, was wir vor uns haben. Modern Rises 3, ich glaube, über zwei Drittel des Decks, gefühlt. Gezählt wahrscheinlich die Hälfte. Und das wird ein krasser, krasser Eldrasi-Sommer. Ich habe noch ein paar andere Decks von Eldrasis, ein paar andere Versionen davon. In der Pipeline, wenn ihr die sehen wollt, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Weil Eldrasis gibt es aktuell in allen Formen und Farben. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, gucken wir uns heute mal das an, was ich mitgebracht habe. Und zwar das Temur. Aber bevor wir jetzt starten, ganz kurz der Hinweis. Ich habe Patron. Sowas wie Deck-Tags und ähnliches, wie das hier so passiert, ist nur möglich dank meiner Patrons. Weil ohne meine Patrons würde ich das alles nicht finanzieren können, dass ich euch die Deck-Tags zeige, dass ich diese Decks austeste und so weiter und so fort. Dementsprechend vielen, vielen Dank an meine Patrons. Wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, wenn ihr meinen Content gut findet oder ähnliches, dann schaut doch mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Dort wendet ihr den Link zu Patron. Und ansonsten Daumen nach oben, liken, abonnieren, den ganzen Kram, ihr kennt das. Aber liken nur, wenn ihr das Video auch mögt am Ende. Und daran werde ich euch erinnern. Dementsprechend macht euch keine Sorgen, wenn ihr es jetzt noch nicht tun wollt. Wir starten, wie immer, mit der Mana-Basis. Und zwar beginnen wir mit vier Eldrasi-Tempel. Klappen für ein Farbloses oder zwei Farblose. Wenn wir diese zwei Farblose machen, können wir das nur für Colorless-Eldrasi-Spells benutzen. Oder Fähigkeiten von Eldrasis. Wichtig, Colorless-Spells. Das heißt, es ist nichts für farbige Spells. Das ist ganz relevant. Nicht. Dann haben wir Ancient Tomb. Saugeiles Land. Tappen für zwei Mana, zwei Farblose Mana. Das ist wichtig bei Eldrasis. Nicht generisch. Generisch sind diese Zahlen in den Kreisen, sondern wirklich farblos. Und diese Farblosen sind halt dann sehr wichtig für Eldrasis. Und wir kriegen zwei Schaden. Wir kriegen zwei Farblose und kriegen zwei Schaden. Ich spiele eine City of Traitors. Eine City of Traitors tappen für zwei Farblose. Und wenn wir ein anderes Land spielen, dann wird die Opfer nicht ins Land putten. Also ins Spiel putten, sondern wirklich spielen. Dementsprechend. Die nächsten Länder, auch hier, Eye of Ugehen. Das ist tatsächlich die Karte, die Eldrasi Winter damals verursacht hat. Megakarte. Und sie sagt, Colorless Eldrasi Zauber kosten zwei Farb-, zwei generische Mana weniger. Und für sieben Mana tappen können wir unser Deck durchsuchen. Nach einer farblosen Kreatur und diese auf die Hand nehmen und danach das Deck mischen. Sehr, 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 sehr starkes Land. Dann zwei wie ein Creature Deck spielen. Vier Carbon of Souls. Carbon of Souls ist ein Land, was neulich gereprintet wurde. Wenn sie ins Spiel verkommt, sagen wir uns einen Kreaturentyp an. Tappen für ein Farbloses. Oder tappen für ein Mana beliebiger Farbe, was wir für den Kreaturentyp benutzen können. Und wenn wir das tun, dann wird ein Kreaturenzauber, die wir mit diesem Kreaturentyp spielen, für das wir das farbige Mana nur benutzen können, unkonterbar. Das ist ganz cool. Gegen sowas wie Control oder so, absolute wichtigste Karte. Dann haben wir einen Secluded Courtyard oder auch versteckter Innenhof. Ich weiß nicht, warum ich die Karte auf Deutsch habe. Wenn sie ins Spiel bekommt, nehmen wir uns einen Kreaturentyp. Tappen für ein Farbloses. Und wir können das Ding tappen, um Mana für Farben zu machen von dem Kreaturentyp, den wir bestimmt haben. Also in unserem Fall Eldrasi. Und wir können Fähigkeiten davon auch aktivieren und eben Creature Spells machen. Fähigkeiten aktivieren ist nicht so relevant. Vier Wastelands kommen als nächstes. Tappen für ein Farbloses oder eben Tappenopfern zerstören wir ein Non-Basic-Land. Nicht zu verachten mit den Wastes. Das tappt für eben dieses Farblose, dieses Farblose-Symbol ist auf, ich glaube, fast allen unserer Ländern drauf. Bis auf Eye of Ugin und unserem Wald. Den One-Off-Wald, den wir auch besitzen. So, was haben wir noch? Für Mana, wir haben drei Lotus-Petal. Null Mana-Artefakt, Tappen, Opfern. Wir kriegen Mana-Blibiger-Farbe. Ist ganz gut. Drei Stück davon. Ein Mox Diamond. Ist ein Null-Mana-Artefakt. Wenn ein Spielwerk kommt, kann man Land abwerfen. Oder man muss das Ding opfern und das Ding tappt für Mana-Blibiger-Farbe. Jetzt muss man dabei sagen, Mox Diamond ist nicht zwingend. Mox Diamond ist eine Reserve-Disk-Karte und die ist nicht zwingend für dieses Deck. Man kann das Deck auch ohne Mox Diamond spielen. Man spielt dann einfach entweder ein Lotus-Petal-Meer oder irgendein Landmeer oder ähnliches Prinzip. Bei der anderen Reserve-Disk-Karte, die wir drin haben, die City of Traders, dieses One-Off, was hier irgendwo rumfliegt. Egal. Ihr wisst es. Die City of Traders fliegt da irgendwo rum. Auch dieses Land kann man ganz einfach ersetzen, indem man irgendein anderes Land spielt. Das ist nicht relevant. Die sind beide nicht super relevant. Und auch die Sideboard-Karte ist nicht so relevant, wie man denken mag. Deswegen, die drei Reserve-Disk-Karten, die hier drin sind, alles One-Offs, sind alle nicht so relevant und kann man alle billig ersetzen. Durch zum Beispiel Lotus-Petal oder irgendein anderes Land. Oder im Sideboard, da kommen wir später zu, werde ich auch noch was zu sagen. Aber, ja, ist ersetzbar. Kann man machen. Dann spiele ich zwei Vaxing-Bubble. Vaxing-Bubble spiele ich deshalb, weil ich kein Chalice of the Void mehr in diesem Deck spiele. Chalice of the Void ist eine Karte, die ganz, ganz lange in ganz vielen Aggro-Stompy-Lesten und so weiter gespielt wurde. Vaxing-Bubble hat meiner Meinung nach den Slot eher verdient. Was hält Chalice of the Void ab? Chalice of the Void hält halt alles von Brainstorm, Ponder, Swords, Duplowshares, Bowls und so weiter ab. Eine super starke Karte. Dagegen ist dieses Deck aber ziemlich gut gewappnet, weil wir spielen, ich glaube, 30 Kreaturen oder 24 Kreaturen oder so. Und dann ein paar Spells und der Rest in Länder. Hingegen sowas wie Forzofill, sowas wie Dace, sowas wie irgendwelche Gratis-Solitudes oder ähnliches, die tun uns weh. Gratis-Spells tun uns weh, weil der Gegner dadurch Tempo gewinnt und wir dürfen den Gegner kein Tempo gewinnen lassen. Das hält Chalice of the Void nicht auf, aber Vaxing-Bubble, Vaxing-Bubble hält Tempo auf. Und dementsprechend spiele ich gerade aktuell zwei Vaxing-Bubbles, ich habe mit vier gestartet, bin jetzt auf zwei runter, über den Chalice of the Voids. Und dementsprechend ein Mana-Artefakt, wenn es jemand, der Gegner oder auch wir selber, ein Zauberspielen, der kein Mana kostet. Deswegen müssen wir aufpassen mit den Lotus-Paddeln und den Mox, wenn die draußen liegt, ist das doof. Und dann wird erstmal gecountert und für ein farbloses Tappen-Opfern, zumindest ein generisches, ziehen wir eine Karte. Das heißt, wenn wir das unbedingt brauchen, das Mana, können wir auch einfach am Ende des Zuges das Ding opfern, eine Karte ziehen, dann die Bubble spielen oder den Paddle spielen und dann weiterspielen. Das geht. Gute Karte. Wirklich gute Karte. Auch MH2. Ist, glaube ich, die erste MH2-Karte, die wir finden. Erste MH2-Karte, die wir finden. Gehen wir direkt zur nächsten, die wir finden. Das sind drei Cozilex-Commands. Cozilex-Command 2, farblose und X-Generische. Ich muss das ja wirklich ganz genau sagen. Und es ist eine Instant. Das ist sehr, sehr wichtig. Und es ist ein Eldrasi-Spell. Das bedeutet, wir können sowohl Eldrasi-Tempel dafür nutzen, für die zwei farblosen Mana, wie auch Eye of Ugin macht den tatsächlich um zwei günstiger. Das heißt, wenn wir ein Eye of Ugin haben, haben wir da automatisch eine 2 stehen. Wenn wir das wollen. Und das ist schon ziemlich gut. Außerdem ist eine Instant. Auch das ist ziemlich gut. Und was sie tut, ist, wir suchen uns zwei Sachen aus. Wir können nicht dasselbe zweimal wählen. Und sie sagt, ein Spieler unserer Wahl, das sind meistens wir im One vs. One, bekommt X-01 farblose Eldrasi-Spawn-Tokens. Mit dieser Karte kann man opfern für ein farbloses. Das ist ziemlich gut, gerade wenn man so 5, 6 Kreaturen davon hat. Kommen wir später zu, wofür man die nutzen kann. Das ist ziemlich, ziemlich strong. Genauso strong ist ein Spieler's Crite X. Das bedeutet, man kann die obersten 5, 6, 7, 8, 9 Karten anschauen. Eine davon ziehen und die anderen runter oder drauflegen. Auch das für die nächsten Draws im Mid-Game oder so. Wir spielen hier ein Mid-Range-Deck. Und dieses Mid-Range-Deck hat es halt in sich. Und dementsprechend, ja, da einfach zu sagen, diese 5 Karten, die hier total schlecht sind, diese nächsten paar Runden, die ziehe ich einfach nicht. Ist mega. Wirklich mega. Dann gibt es die Möglichkeit, dass wir eine Kreatur meiner Kosten von X oder weniger exilen. Sehr, sehr strong. Endlich was gegen Marit Lage. Endlich was gegen den Frog, den Psycho-Frog, den man jetzt auch ganz viel spielt. Endlich was gegen Mother of Runes oder ähnliches. Es ist exil eine Kreatur meiner Welt, X oder weniger. Ist unendlich stark. Das ist einfach ein Command, wo ich sage, ach du Schande. Ist der mächtig. Dazu haben wir noch, wir können X-Karten aus einem Friedhof exilen. Das heißt, wir können, wenn wir zum Beispiel den Gegner in Grief reanimaten möchten oder später in Reanimate machen wollen, ihm einfach was rausnehmen. Und das ist schon ziemlich gut. Gut, das ist wirklich, wirklich gut. Kruselix Command, wirklich eine starke Erweiterung aus MH3. 3, 3, MH3. So. Jetzt kommen wir zu den Kreaturen. Das ist das, worauf ihr alle gewartet habt. Das Wichtige. Wir beginnen mit Nicht-MH3-Karten. Das ist 4 Thoughtnotseer. Ich sollte die mal hier runterlegen, dass man zumindest sieht, dass es 4 sind. 4 Thoughtnotseer. 4 Mana, 4, 4. Und wenn der Spielfeld kommt, zeigt der die Hand vor. Und wir dürfen eine Karte abwerfen. Exilen sogar. Und wenn er das Spiel verlässt, also der Thoughtnotseer hat, dann zieht ein Gegner unserer Wahl eine Karte. Was, wenn wir im 1 gegen 1 sind, nur ein Gegner ist. Besonders, wenn man die mit Eye auf U gehen und Engine Tube oder so Turn 2 rauslegen kann. 4, 4er Turn 2. Es ist gut. Dann habe ich ein Ulamog des Seasunger. Ich habe endlich diese Kellogg's Version losgeworden und habe dafür diesen wunderschönen Typen gekauft. 10 Mana, 10 Mana, 10, 10. Wenn man den castet, exilt man 2 Permanente. Er ist ein Zerstörber. Und wenn er angreift, exilt ein Gegner, der angegriffen wird. Die obersten 20 Karten des Decks. Meistens ist dann rum. Dementsprechend, das sind die einzigen alten Eldrasi. Das hier sind alles neue Eldrasis. Dementsprechend, gucken wir mal an. It that heralds the end. 2 Mana 2, 2. Farblose Kreaturen, Zauber. Nee, farblose Zauber. Mana kosten 7 oder weniger. Das heißt, auch der Coselex-Command, wenn wir 7 oder mehr bezahlen, können wir direkt eine 8 drauf machen. Kosten 1 Mana weniger. Und andere Kreaturen, farblose Kreaturen, kriegen plus 1, plus 1. Hier ist es zum Beispiel super relevant, dass wir im Coselex-Command 0, 1er machen können. Das ist super, super strong. Und wie gesagt, was ich auch super geil finde, ist mit dem Ulamog, einfach den günstiger zu casten. Großartig. Wirklich großartig. Dann, eine weitere Karte, die wir dadurch vergünstigen, und zwar die einzigen Karten, die wir dadurch vergünstigen noch, ist der Nulldrifter. Zweimal. Das ist ein 7-Manner, 4-4. Wenn man den castet, sieht man zwei Karten, Anilator 1 und Evoque für ein blaues und zwei farblose. Generische. Und wenn man mit einem Eiofogen spielt, die macht ja zwei generische günstiger, dann kostet der ein blaues. Ein blaues zieht zwei Karten. Das ist strong. Oder man kann ihn eben relativ günstig für 7 Mana mal droppen, um eine ziemlich dicke Kreatur zu haben. Und, man muss da auch nicht vergessen, It Details The End macht den natürlich noch günstiger, aber der kostet sieben Mana oder mehr. So. Mega. Dann spielen wir den heimlichen Stardust Decks. Die Karte, die MH3 Eldrasi richtig strong macht. Glaring Flash Wrecker. Drei Mana, davon ein farbloses, zwei generische, 2-2. Immer wenn man einen Zauber castet, der farblos ist, kriegt man einen 0-1 Eldrasi Spawn, der sagt, man kann diese Karte opfern, um zwei farblose Mana zu bekommen. Und, immer wenn eine andere Kreatur ins Spielfeld kommt, die farblos ist, verliert jeder Gegner ein Leben. Oder kriegt jeder Gegner ein Damage. Ich hab zwei davon schon draußen gehabt. Einen Eye of Ugin und den Thordnaut Zier. Und hatte zwei, drei Thordnaut Zier und hab die immer wieder durchgecycelt. Es war so strong. Es ist so strong. Die Karte ist insane gut. Weil, ihr spielt einen farblosen Eldrasi, ihr bekommt einen 0-1 Eldrasi und der schießt schon mal zwei Damage. Wenn ihr jetzt zwei davon habt, bekommt ihr drei und schießt sechs Damage. Das ist insane gut. Das ist insane gut, sag ich euch. Dementsprechend, schaut da rein. Dann, Sowing, Myko, Spawn. Vier Mana, drei, drei, Divoid. Das heißt, der hat keine Farbe. Kicker, man kann zwei zusätzliche Mana bezahlen, wobei eins farblos sein muss. Und, wenn man den castet, darf man direkt nach irgendeinem Land durchsuchen. Und, wenn man den gekickert hat, darf man irgendein Land exilen. Sechs Mana, ich zerstöre dir ein Land oder exile dir ein Land, ist insane gut. Und das Kranke dabei ist, man kann sich da ein Land raussuchen. Wenn man sich dann ein Wasteland raussucht, kann man halt Turn 3 zwei Länder zerstören. Das habe ich schon gemacht. Das ist disgusting. Das ist einfach widerlich. Und die Karte ist deshalb sehr, sehr, sehr geil. Ich finde ihn sehr, sehr geil. Dann haben wir noch ein volles Play-Sale Eldrasi Linebreaker. Ist ein rotes, ein farbloses, ein generisches. 3-3 mit Divoid. Das heißt, der hat keine Farbe. Trampel. Ist schon ziemlich gut. Und zu Beginn des Combats kriegt eine Kreatur plus X plus Null und Eile, wobei X die Anzahl an Eldrasis tiefkontrollieren. Wieder der Hinweis, Kosilex Command macht eine Menge Eldrasis. Wir haben generell so 2, 3, 4 Eldrasis draußen. Und wenn man ihn spielt, kann man sich selber, also ich habe ihn auch schon Turn 1 gespielt, sich selber targeten lassen und für 4, 3 angreifen lassen. Das ist gut, meine Freunde, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Was ich auch schon gemacht habe, war dann Turn 2 zu Follow-Up mit dem Third-Nord-Seer. Und der Third-Nord-Seer hat dann auch nochmal plus 2, plus Null und Eile bekommen. Und dann hatte ich auf einmal 9 Damage Turn 2. Das heißt, 4 Damage Turn 1, 9 Damage Turn 2. Er ist insane gut. Ihr werdet online ganz viele Listen sehen, die nicht so wirklich viel Rot spielen. Die Leute spielen aktuell sehr viel Grün. Sie spielen sehr viel ihn und die andere Kreatur davon. Den habe ich im Sideboard zum Beispiel, der auch ziemlich gut davon ist. Und die spielen sehr viel mit Grün rum. Ich habe mich eben für die 4-farbige Variante entschieden. Hier, der kostet nämlich unten noch ein blaues. und Rot und Grün habe ich ja dementsprechend auch drin. Und ich muss sagen, der Linebreaker ist viel zu strong, um den zu Hause zu lassen. Die monorote Version gibt es auch noch, wo dann nur Aggro ist mit den alten Eldrasis, wie zum Beispiel dem Smasher oder so. Ich habe mich jetzt für diesen Mischmasch entschieden. So, eine Karte haben wir noch. Weightscape Battlemage. Ich liebe Battlemages. Ich finde sie großartig. Und wenn sie dann noch playable sind, liebe ich es auch umso mehr. 2-mana 2-2. Kicker für ein grünes und oder ein blauesen Farbloses. Und wenn er gekickert würde und wir ein grünes bezahlt haben, können wir ein Anefakt oder ein Charmin zerstören. Das ist wirklich insane gut. Oder für ein blauesen Farbloses können wir eben eine Kreatur bouncen. Also zurück auf die Hand geben. Das habe ich schon mit dem Merc Tide gemacht. Das habe ich mit dem Frog gemacht. Das ist so strong. Es ist so strong. Und auch das kann man halt so locker und leicht mal so Turn 2, Turn 3. Dem geht dann eine Kreatur bouncen. Dann zwei Zweier haben. Nächste Runde weitermachen. Insane gut. Wirklich insane gut. Und auch wieder hier gegen Marad Lage oder Bloodmoon oder so. Ziemlich gut, weil ich habe damit auch schon Bloodmoon zerstört. Wir haben immer ein Farbloses und wir haben ein grünes. Ich hatte nur das Grüne. Habe dann den Mikrosumpf hier gecastet. Der sagt, ich darf mir irgendeinen Land raussuchen. Habe ich mir den Farblosen rausgesucht. Also den Waste. Konnte dann ihn spielen. Dann war ich durch. Insane gut. Es gibt Decks, die spielen ihn viermal. Ich habe ihn einmal. Ich habe keinen Platz. Hab sonst keinen Platz. Gucken wir uns das Sideboard an. Sideboard ist auch wild. Sag ich euch. Wild. Viele Leute spielen davon so drei oder mehr oder vier im Sideboard, wenn sie nicht Mainboard spielen. Oder zwei oder so im Sideboard. Ich habe jetzt einen Sideboard gehabt und teste jetzt gerade den Thief of Existence dafür. Statt den Battle Mage. Das ist eine Kreatur mit 3 Mana, 3, 4 D-Void. Und wenn man den Spell castet, exilen wir eine Nicht-Kreatur, Nicht-Land-Permanente mit Mana Kosten von vier oder weniger. Und wenn wir das tun, kriegt der, wenn der Spiel verlässt, die Idee, eine Karte. Warum? Ich finde ihn etwas flexibler, weil er eben auch Planeswalker rausnimmt. Und Planeswalker rausnehmen ist schon ganz gut. Er kann halt auch andere Sachen mit rausnehmen, wie halt der Battle Mage. Der Battle Mage ist eher so auf Artefakte, Verzauberung und Kreaturen bouncen. Hier können wir keine Kreaturen bouncen, aber wir können halt sowas wie Planeswalker oder eben auch andere Probleme, Problemkindchen, die wir haben, loswerden. Der Kostenfaktor ist praktisch derselbe von den Mana Kosten. Der kostet ja auch ein grünes, ein farbloses und ein generisches, wenn man spielt. Ich teste ihn, ich teste ihn. Ich kann euch nämlich sozusagen auf Twitter oder auf Instagram werde ich euch mal ein Update davon schieben, ob es der Battle Mage oder Thief of Existence geworden ist. Der ist halt, wie gesagt, sehr, sehr cool. Dann habe ich aktuell zwei Disruptor-Flut drin. Ich habe gestern im Fischkrieg FNM gespielt und habe drei Disruptor-Fluts gespielt. Die waren gut, die waren wirklich gut. Zwei Mana Flash, was insane gut ist, mit einem Needleffekt. Das heißt, man sagt eine Karte an, die aktivierten Fähigkeiten dieser Karte kann nicht mehr aktiviert werden und wenn man den Spellcaste kostet, kostet er drei Mana mehr. Das ist so gut. Es ist so gut. Oh mein Gott. Weil wir haben hier einfach einen Needle on a Stick. Needle on a Stick ist insane gut. Also nicht on a Stick, sondern Needle auf Flash. Und ja, ich habe mich jetzt mal dazu entschieden, weil ich weiß, dass demnächst wieder mehr Atefakte rumlaufen, noch einen Nile Rod reinzunehmen. Wie gesagt, Nile Rod ist nicht verlichtend. Dafür könnt ihr auch gerne eine dritte Disruptor-Flut spielen. Das packt das Deck easy und macht es auch cool. Wenn ihr damit Fettschlender trefft, richtig sweet. Nile Rod sagt halt, Spieler können keine aktivierten Fähigkeiten von anderen Fakten mehr benutzen. Ist ein bisschen ein No-Go damit, dass wir Atefakte haben, also mit den Lotus-Pedals, die wir benutzen möchten. Aber wie gesagt, in manchen Match-Ups ist der einfach gut. Deswegen habe ich ihn immer reingenommen. Aber man kann auch die dritte Disruptor-Flut spielen, wenn man gar keine Reserve-Litz-Karts haben möchte. Ist mit dem Deck gar kein Problem. Dann Mindbreak-Traps. Die sind auch sehr günstig geworden. Für 4-Mana-Instant können wir die spielen, wenn der Gegner 3 oder mehr Spells gespielt hat. Und wir exilen eine liebige Anzahl an Zaubern. Auch die hatte ich gestern nicht dabei. Da hatte ich tatsächlich Fairy Macabre dabei, wegen Grief. Und muss aber sagen, ich finde Mindbreak-Trap in anderen Match-Ups viel, viel besser. Unser Deck ist ziemlich gut aufgestellt gegen Grief und den ganzen Kram. Und dann will ich lieber ein bisschen was gegen Storm haben. Weil gegen Storm-Kombo und so weiter sind wir nicht gut aufgestellt. Ausnahme natürlich Darkdorf-Kombo. Da sind wir mittlerweile richtig gut gegen aufgestellt. Das war früher übrigens nicht so. Dann 2 Dismember. Minus 5, minus 5 auf eine Kreatur. Für 2 schwarze oder 2 Leben und ein farbloses. Insane gut gegen sowas wie Frog, Creature-Kombos oder ähnliches. Einfach ein guter Removal zu haben ist immer sweet. Dann 2 Unlicent Horrors. 2 Mana-Artefakt tappen wir exilen eine Karte aus einem Friedhof. Und Power und Toughness ist gleich die Anzahl an Karten, die wir exiled haben. Und wir können den für Crewen für 2 Mana, können wir das zu einer Kreatur werden lassen mit XX. Wobei X eben die Anzahl ist an Karten, die wir exiled haben. Sehr, sehr cool. Da können wir auch mit dem Battlemage machen. Oder auch mit dem It That Harrods the End. Weil die beide 2 Zweier sind. Und das ist ganz gut. Damit kann man tatsächlich was vieles damit machen. Und ja, ist ein guter Gratitate. Und kostet auch nicht mehr so viel. Auch den gibt es in diesem Cowboy-Artwork. Genau wie diesen Mindbreak-Drip. Dann 2 Thorn of Amethysts. 2 Mana-Artefakt und Non-Kreature-Spells kosten ein farbloses mehr zum Spielen. Auch hier. Wir spielen ja fast nur Kreaturen. Und wenn der Gegner anfängt zu kombonen oder irgendwie zu nerven. Ja, das ist Natalia. Und ich liebe Talia. Talia ist für mich die beste Kreatur aller Zeiten. Und das hier ist praktisch Natalia, die ich spielen kann. Dann, ein Karakas. Auch hier gegen Dark-Depts-Kombo, Show & Tell, Atraxa, Reanimate oder sonstige Sachen. Es ist ganz nett zu haben. Ich finde es mittlerweile, ich war früher der festen Überzeugung, ohne Karakas gehe ich nicht aus dem Haus. Mittlerweile sehe ich das anders. Man wird halt erwachsen. Es ist gut gegen Nado. Das muss man jetzt sagen. So, was auch gut gegen Nado ist, das habe ich gerade nur geproxt, weil die anderen liegen hinten tatsächlich im Briefkasten. Aber ich komme nicht dran, weil die Post heute zu hat. Deswegen habe ich es hier kurz ausgedruckt. Null Elemental Bast für ein farbloses, ganz wichtig, suchen wir uns mehrere Sachen aus. Also eins, suchen wir uns eine Sache aus. Wir zerstören entweder eine Multicolor Permanent oder wir countern einen Multicolor Permanent. Das ist ganz gut gegen den netten Herrn hier. Gegen Nado. Oder was bei uns ganz viel rumläuft, ist Bug-Chains-Kombo. Auch dagegen. Sehr, sehr schön. Dementsprechend ist es eine gute Karte. Wünsche ich austesten. Es ist eine MH3-Karte, genau wie die jetzt Robterflut. Genau wie der Thief. Und ja, ganz, ganz viel MH3. MH3.deck könnte der Name dieses Decks sein. Und ja, ich würde sagen, nachdem ich euch jetzt so Folge geschwärmt habe von diesem Deck, gehen wir mal in den Deck-Talk. So, im Deck-Talk möchte ich euch mit euch einmal über diese unglaublich geilen Kreaturen reden. Denn wir fangen an mit der alten Karte. Eye of Ugin. Eye of Ugin ist eine der insanesten Karten aller Zeiten und einer der Gründe, warum das Deck im Modern nicht annähernd so performt wie im Legacy. Aber auch im Modern performen könnte. Und diese ganzen neuen MH3-Eldrasis sind insane stark. Also gerade er hier, er wirkt am Anfang so unscheinbar mit 4 Mana, 3, 3. Wenn er ein Spiel bekommt, kann er mit Land durchsuchen, also mit dem Casten. Und er kann Land zerstören. Was ist denn das? Das ist ja nicht stark. Doch. Gerade mit Wasteland oder so ist es insane gut. Ich zerstöre dir dein Basic-Land, hole mir ein Wasteland und wasterne dir deinen Tundra oder dein Duel oder sonst was. Insane stark. Vor allem mit sowas wie Eye of Ugin, der ihn halt 2 Mana günstiger macht, wodurch er halt mit Kicker nur 4 Mana kostet. Das ist insane stark. Wirklich insane. Eldrasi Linebreaker. Ähnliches Prinzip. Ich habe ihn gerade eben schon mal gelobt. 3 Mana, 3, 3. Und er ist ein bisschen desenergie mit Eye of Ugin, aber mit Absicht. Damit man eben nicht Eye of Ugin und Linebreaker machen kann. Was man aber machen kann, ist Eldrasi Temple Linebreaker. Mit Petal oder mit dem Affen oder sonst was. Wie gesagt, es gibt die grüne Version, die spielen dann statt Petal die Seaman Spirit Guides. Es gibt die rote Version, die spielt dann halt statt den Petal den Average Spirit Guide, Seaman Spirit Guide. So rum ist es richtig. Entschuldigung. Die spielen den Seaman Spirit, die spielen den Average Spirit Guide, die spielen den Seaman Spirit Guide. Und ich muss sagen, weil ich halt so viele Farben spiele, muss ich halt die Petals nehmen. Das ist halt einfach der Fakt. Und trotzdem kann ich den Turn 1 oder so beschwören. Und er macht halt das Eye of Ugin irgendwie ein bisschen platter, aber die anderen Karten da drin sehr, sehr viel stärker. Und dementsprechend Linebreaker, wirklich eine sau, sau gute Karte. Dann haben wir den Battle Mage 2 Mana 2, 2 mit Kicker. Für Artefakt und Enchantment Removal, für Bouncing, für jede Art von Ding. Das heißt, wir machen mehr Aggro wie früher, wir machen mehr Destruction von Ländern und so wie früher und Ramp. Und wir machen noch Artefakte Verzauberung und machen alles, alles. Und dazu kommt, dass wir in der Zeit mit dem Glaring Flash Wrecker die ganze Zeit hinten dran sitzen und sagen, wir spielen einfach unsere Kreaturen. Und dieser Typ tötet dich langsam. Diese Kreaturen sehen mächtig aus. Das hier. Das ist die mächtigste Kreatur, die MH3 im Bereich Eldrasia vorgebracht hat. Ich zeige ihn euch immer näher. Das ist die mächtigste Kreatur. Man glaubt es nicht. Spielt sie, testet sie aus. Ich muss sagen, sie ist ein Zen gut. Genau wie der Koseleks Command. Koseleks Command hat mich echt überrascht. Ich fand den am Anfang so, vielleicht zwei. Ich finde den nicht so gut. Er ist eine Instant, der Kreaturen exilt, der Friedhöfe exilt, der Mana rampt für die nächste Runde. Oder tatsächlich einfach nur die Karte ziehen lässt. Ich hab den auch schon gespielt mit dem Flash Wrecker draußen. Der sagt, immer wenn eine andere farblose Kreatur ins Spielfeld kommt, verliert die Gegner ein Leben. Mit ihm. End of turn. X war 6, glaube ich. Also dann war der auch noch ganz günstiger und so. Aber ich hab halt 6 Tokens bekommen. Damit hab ich hier mit 6 Schaden geschossen. Und ich hab dann einfach mit Scry 6, Draw a Card, einfach den It That Hurls The End gefunden. Und konnte mir den Typen dann noch zuschlagen. Konnte ihn spielen, hab nochmal 2 Schaden mit ihm geschossen. Und hab dann mit einem 3 3er und 6 1 2er angegriffen. Was einfach nochmal 9 Damage waren. Das war insane stark aus, ich habe ihn und ihn. Das heißt, ich hatte 6 Schaden mit ihm geschossen. 7 Schaden sogar. Weil er sich selber ja noch ein Colorless Spell sieht und ihn dann sieht. 7 Schaden mit ihm geschossen. Bin dann in meinen Turn, hab dann 8 und 9 geschossen. Plus dann eben noch für 7 angegriffen. Das waren 16 Schaden in einer Runde. Insane gut. Also wirklich, das ist... Kusilex Command ist insane gut. Und wie gesagt, die ganzen Eldrasis... Es ist geil. Wie gesagt, es gibt noch monorote, monogrüne Versionen. Und wenn ihr die auch sehen wollt, schreibt mir das in die Kommentare. Dann bringe ich euch demnächst mehr Eldrasi. Ich hab so das Gefühl, ich mach so einen Eldrasi-Sommer durch. Weil ich bin wirklich gehypt auf Eldrasis. Diese Midrange-Eldrasis sind der Shit. Und ihr solltet die unbedingt testen. Und mir dann sagen, wie ihr die findet. Ja. Und ansonsten, ich hab's euch gesagt, ich erinnere euch dran. Daumen nach oben, wenn's euch gefallen hat. Abonnieren. Coole Leuten zeigen, wo ihr wisst, die haben früher Eldrasi im Eldrasi-Winter gespielt und wollen wieder in Magic einsteigen. Auch im Modern. Dieses Deck kann man auch im Modern umbauen. Das ist gar kein Problem. Und ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexet. Ciao, ciao.